Auf jeden Fall ist blauer Himmel. Ja, das ist toll. Wir sind wieder im Harz unterwegs. Wir machen unser erstes Video. Nach unseren zwei Monaten Regen. Endlich blauer Himmel. Da oben ist der Achtermann. Der sieht total unspektakulär aus. Und wo gehen wir lang? Den schwierigen Weg oder den einfachen? Meinst du, da kann man lang? Wir gucken einfach und nicht lauf mal zurück. Wir haben ja nichts zu verlieren. Das war's. Wir sind ganz schön. Wir sind in der Nähe. Wir sind heute hier im Taxi-Kart. In der Nähe. Wir sind hier oben. einen ganz wundervollen Weg gefunden der viel besser ist wie der andere Weg und der ist richtig cool da kommen wir im Sommer auch noch mal das blöde ist nur dass man hier so weit hochlaufen muss bis man hier ist richtig gut so so Da ist sie. Genau. Das ist der schwierige Weg. Im Baum ist der Brocken. Da ist der Brocken. Hier ist die Stempelstelle der Harzer Wandernadel. Den Stempel haben wir schon mehrfach. Und hier gehts hoch. Zum Achtermann. Da ist schon mal der Wurmberg. Da ist der Brocken. Das ist Wahnsinn wie das aussieht oder? Alter was ist das denn? Ja natürlich. Nebelwand zieht jetzt einmal über uns. Wahnsinn wie das aussieht. Guck mal. Das ist das Kahn. So eine Wand und dann zieht sie so richtig über die Höhe drüber. Das ist das Kahn. Das ist das Kahn. Das ist das Kahn. Das ist das Kahn. Vielen Dank.